hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft legends so in der letzten folge haben wir unser automatisches lagersystem komplettiert wenn ihr wissen wollt was man dazu braucht ob ihr dazu noch mal ein tutorial oder sowas sehen wollt schreibt es mir in die kommentare ich werde dann mal schauen dass ich da vielleicht mal was zu machen ist halt einfach ich will das jackpack haben sagt ja ich rufe mir das jetpack ab so jetzt dauert es nicht lange da ist es jetzt hätte ich das jetpack ja jetzt brauche ich aber nicht mehr so das schmeißt es wieder rein zack und weg ist es so das ist unser automatisches lagersystem wie man das baut wie gesagt wenn ihr dann tutorial übersehen wollt schreibt es mir in die kommentare und wie immer ist natürlich wieder dunkel wir gehen sofort wieder schlafen so wir haben gesagt wir alle ich habe gesagt wir fangen mit dem hausbau an allerdings fangen wir mit dem hausbau an ja aber und zwar machen wir jetzt erstmal hier den den boden gerade beziehungsweise hier das kann man hier wieder nicht ne aber das geht schön 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 so das müssen wir alles hier zu koppel machen das können wir auch ändern ja in ach nur in sandstone das ist ja lame was in sandstone haben wir noch nicht so viel ok hallo creeper man ich mache jetzt mal was was ich eigentlich nicht so gerne mache aber ich mache das einfach hier zu aber hey wir können ja hier eine torch rein setzen tor tor da haben wir welche damit hier so schnell nichts sporned 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 dann können wir die höhlen schon mal so ein bisschen ausleuchten zumindest ich hasse ne da brauchen wir nicht hier hinten müssen wir aber glaube ich noch mal ja 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 du kannst mich mal ok da weg da ok hier ist ausgeleuchtet schön schön nur bevor hier was sporned was wir hier nicht haben wollen oh nice ich bin hier wieder an der ah am vulkan wer hier direkt an maus ist ne schluch schick schick ich glaube das sollte aber reichen hier die ressourcen können wir dann bei gelegenheit mal oder ziehe ich hier noch ne schicht drüber einfach wir machen das jetzt so zack zack die löcher schließen die hier so sind das ist jetzt alles so ein bisschen langweilige kleine baufolge aber shit happens ja ich weiß dass mit den löchern hier überall beziehungsweise dass ich das nur ausleuchte und nicht komplett zu baue ist ein bisschen doof gebe ich zu aber es erfüllt zumindest seinen zweck wir werden ja sowieso hier drauf bauen beziehungsweise wird das ja auch nur in nur der keller ne und ähm von daher muss das nicht so schön sein ich will ja weiter im text hier dühdüh 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 das loch hier noch das hat sich geräumt so, das haben wir jetzt gleich geschafft, schön schön okay das kommt weg Stein, ich koppel Stein, Stein Stein okay, ja richtig clean kriegen wir es nicht aber das ist auch nicht so wichtig so, auf diese Höhe hier hier geht es direkt in die Schürrlucht okay, ähm, gut zu wissen so, dann habe ich die als Kellerhöhe ja, das ist gut das ist gut okay, ähm Torch F7 ich möchte natürlich nicht, dass hier was drin spawnt deshalb wenn ich jetzt mal hier ein bisschen Licht ein bisschen Licht dunkel bringen hier wenn das vielleicht da auf den ersten Blick übertrieben scheint so viele Fackeln aber ich glaube im Endeffekt bringt uns das mehr vielleicht mal zwei, drei Fackeln mehr zu setzen und, ähm dafür safe zu sein als jetzt an Fackeln zu sparen, ne ich meine, das ist jetzt kein Item wo man sich jetzt drüber ärgert wenn man da mal zwei, drei weniger hat also von daher glaube ich, geht das schon in Ordnung okay, ich glaube, das war's schick, schick und es wird schon wieder dunkel ich finde, so viele sind das gar nicht ich finde, das ist super okay, hier natürlich nicht, aber oh, shit bevor wir Besuch kriegen Fackeln wir das mal hier auch ab ey, abfackeln ui was hab ich denn hier gemacht boah überall können die spawnen The Vichas so schnell oh, hier auch WTF warum können die denn hier drin spawnen hier nicht hier hab ich ja gut, hier hab ich auch noch Torch okay egal kommt erst mal hier ne, das nicht okay, der hat wieder was gelernt das kommt auch da rein X kommt auch da rein das nicht das kommt aber dahin ui so, das Marble und so ach, shit kommt jetzt da rein wird alles schön rausgesaugt so richtig rausgelutscht wird das okay, hier haben wir vier Diamanten gekriegt schick, schick da oben kann noch was spawnen unser Vichas kommt da rein unser Vichas kommt da rein und Torch brauchen wir noch weil da oben kann was spawnen eventuell ja, obwohl eigentlich nicht aber egal ist mir egal egal so, das weg ähm wir haben 1000 Marble geil gut ähm da kann ich jetzt auch nicht für W.T.F. der packt das direkt in die Kiste was ein Assi so hätte ich das ganz gerne was ein Scheiß Soldatin Ingets vier hier hätten wir gerne 202 hiervon hätten wir gerne 48 40 ja ich glaube das war es ne war es hier an ja gut machen wir das da wieder rein uiuiuiui what the fuck mal eben haben wir ja eigentlich schon Bron ja Bronzer haben wir drin ok ähm wir müssen noch einen Filler bauen ähm den bauen wir allerdings in der nächsten Folge Leute ähm wie gesagt ne wie in jeder Folge eigentlich schon ähm wenn euch das Video gefallen hat gebt mir ein Däumchen nach oben wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt gebt mir ein Abo wenn euch dieses Video gefallen hat gebt mir ein Like wenn nicht einen Dislike ähm ich würde mich natürlich über Likes freuen äh bis dann haut rein ciao ciao